Die Tore sind gesichert, General. Es ist Zeit, zuzuschlagen. Erstmal greife ich mir diese Vollfeld an. Was wurde denn da in den Stall? Bei deiner blutigen Arte. Ne, schicken wir die lieber nach hier unten. Hier war kein Militär. Oh, krass. Die Außenmauern sind gefallen, doch in die Burg kommen wir nur, wenn wir ein Wunder haben und die Truppen verheben. Ja, das tu ich ja schon fleißig hier. Ich mach ja Import-Export mit den coolen Leuten hier aus Tiggensbums. Willst du mich verarschen? Was? Der hat Gold gesammelt? Ne. Dann geht da unten hin. Das ist doch los! Danke, zu quelche der Kugel. Wir haben keine Kugel mehr in die Gruppe. Wir haben nie gehört, die es kugel. Wir haben keinen Kugel mehr. Wir haben keinen Kugel mehr. Ich heiße die Kugel. Entschuldigung! Wo ist der Kirchgarten? Was ist denn, der Kirchgarten ist? Ich baue mehr Häuser. Kann ich bauen? Ich baue mehr Häuser. Ich baue mehr! Ich baue mehr! Ich baue mehr! Dann geht das eben nicht, aber so was kann man immerhin bauen. Ich baue mehr! Ich baue mehr! Das ist das, was ich baue! angriff macht sie fertig irgendwie seid ihr alle nicht mehr markiert jetzt könnt ihr hier wieder euer stuff sammeln wir sind doch voll viele verregt ja komm dankeschön auch scheiß drauf hauptsache ich kriege mörser kann ich jetzt immer niederreisen ich kann auch von hier schon angreifen äh zu wenig geld da Unsere Brüder sitzen wegen der Planung eines Aufstands in der Burg in Haft. Man wird sie hinrichten. Interessant. Dann gehen wir doch mal dahin! Ist ein Gegner? Ne, ist unser. Los! Wieso verfolgen die die Bauern? Bats. So voll fett weggefischt. Joa, eigentlich. Joa, keine Ahnung, was ist das? Warte, hab ich nicht hin? Tarnung, ja. Unsichtbar. Ach genau, jetzt müsste ich eigentlich die Kanonen... Pferdeartillerie? Jetzt krieg ich den ganzen möglichen Scheiß hier. Wollte ich gar nicht die Pferdeartillerie. Wollte ich noch mal ein, dass wir nicht... ... das ist ein Dreiversan, ne? Interessant. Ja, keine Ahnung, wir waren im Kirchenwagen noch. Äh, was habt ihr... Ach, ihr habt bestimmt Gold geschlagen, ne? Ja, keine Ahnung, wann haben wir hier mal ausruhen oder wie machen wir das mal? Ja, kann man mal machen. Kann auch hier jetzt so voll durch die Mauer hier reingehen. Weil dieser Weg ja wirklich schwächer aussieht. Na, dann gehen wir da. Dem ich mich geeinigt habe, irgendwann mal. Nehme ich dann doch mal auch einen Weg. Das weiß ich nicht, jetzt würde ich ganz gerne mal F8 drücken. Um zu speichern. Was zeigt der denn hier an, der Holz? Scheiß Holzfäller, hier fällt mir viel zu viel Holz wieder. Seitdem die Kirchen waren. Komm mal da hin. Fahr mal weg. Ach genau, die Artillerie kann ja mal hier unten hin. Dann wieder hier hin zurück, die beiden Bauern nehmen und die auch irgendwo zu so ner Minengeschichte hinschicken. So. Gucken wir mal, was haben wir denn hier noch nicht erforscht, weiterentwickelt. Ja, jetzt. Klar. passe ich mal noch ein Zuro roughly. Oh. S herumz... Ja, jetzt, glaub ich, musste das Dinge... Kann ich auch nichts weiter machen. Scheint hier eigentlich schon... Die Burg sieht viel cooler aus. Ja, dann warte ich. Da kommt die Artillerie auch schon. Ich mache einen Vollfeld-Schaden. Das sind ganze Maustücke da langfliegen. Das sieht einfach nur ewig aus. Ein Dorfzentrum, ja, keine Ahnung, machen wir das mal. Vielleicht können wir ja dann endlich... Okay. Da macht man die Außenposten weg. Mawa ist gefallen. Mawa ist auch erst mal so voll weggefegt. Mir ist jetzt eine Bursch, ne? Okay. Dann muss die Bursch erstmal leiden. So, ihr habt das schon weggehauen. Dann haut noch den da weg. Ne, die frei. Da haben wir die Quest mehr oder weniger auch schon erfüllt. Aha. Das Ding ist gefallen. Ja, ich will immer zwei Fronten kriegen. Das macht Spaß. Bäh, jetzt weg ist es. Aha. Jetzt muss ich die wahrscheinlich auch noch entfernen, ne? So, ja, jetzt sind wir wieder. Ich hab mal kurz... Gekattelt. Das sind die vier, ne? Dann zerstörtert alle. Sonne sind Bursch. Machts nieder. Ja, bevor es nochmal schießt. Ja. Mach mal erstmal das kaputt. Und... Das Shogunat. Ach, wenn du so wechs kann. Ne, komm. Wir lassen es. Jetzt stellen wir uns auf das Hauptziel. Dann haben wir das fertig hier. Äh, pff. Keine Ahnung, was haben die gemacht? Pff. Wir haben wahrscheinlich Gold gehackt, ne? Können das hier irgendwo... Ah, ja, hier. Ah, ich wusste sie mal erstmal. rück voll episch alles verlieren freist die Hälfte Der Kampf um die Bobo Saka ist vorbei. Ja, ich hätte ihn jetzt auch vorher niederreißen können. Ja, er hat gewonnen. Tja, dann gucken wir mal. Okay, die Stadt sieht nicht so liebevoll aus wie... Bei dem normalen Age of Empires 3. Aber schon Stufe 8. Neue Karten. Zeitalter, Gebäude... Ah, okay. Wie viele Punkte? Sieben. Es scheinen sieben Punkte zu haben. Okay. Gehörlicher Hof. Kaufmannsgilde. Das klingt interessant. Überflüssige Parzelle. Kirschgarten. Das ist eine Ernahrung von Märchen in Kirschgärten schneller. Das ist eine Münze schneller. Das klingt gut. Die nehmen wir... Ah, zu wieso kann man das zweimal... Okay. Hey, wir sind ein Zollhaus. Uni, Doldaten... Oh, das kostet noch 1000. Das mal... Was kann man denn noch machen? Was ist das denn? Was ist das denn? Weichen der von... Mono... Taurus... Was ist das? Was ist das? Was ist das denn? Das war... Waran... Effektiv gegen Wächter. Zwei Schreinwagen... ...Micher ein Dorfzentrum... Dinge... Hm... Kaiserlicher Hof... Fassen wir für eine Bonne nicht... ...und auspassen Kriegsraum... ...Bogen erhöht. Klingt gut. Das war hier. Entsendet ein Dojo-Ridge-Kardinenbau... ...und welches ein Dojo-Samekzui... ...produzieren können. Okay. So, nachdem wir endlos viele Karten ausgewählt haben... ...stellen wir diesmal zusammen. Ja... Mhhh... Hgh... Garten im Deck ...2025... ...dangio... ...und ihm imoffele Reiter... ...und ihm norma deanu... Ne, die brauche ich eh nicht. Die können... callig... Häufig. Zweurisch. Ah genau, das. Kaufmannsgilde Zollhaus. Ja. Gut. Dann. Lassen wir das hier mal speichern. Knarrr. Und dann geht es auch schon weiter. Und dann geht es auch schon weiter.